Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen News Video. Ich bin momentan hart am trainieren, am Fussball trainieren und habe leider nicht mehr so viel Zeit. Da möchte ich ein paar meiner Let's Plays leider, um Gottes Willen, abbrechen oder einfach später, wenn ich wieder mehr Zeit habe, fortsetzen. Die zwei Spiele, die nicht betroffen sind, sind Regnum, weil es sehr gut ankommt. Dankeschön dafür und Minecraft, weil es einfach ein Projekt ist und ich auch andere damit nicht fast schon beleidigen und nicht mehr unterstützen will. Deshalb wird Path of Exile, Diablo 3, Mountain Blade Warband und Terrarium einfach mal stillgelegt, damit ich mehr Zeit habe und auch bessere Videos durch mehr Zeit, durch mehr Vorbereitung machen kann. Bei Champions of Regnum wird es so sein, dass ich jetzt häufiger schönere Sachen mache, wie zum Beispiel Clan Wars oder so Meilensteile zeige von Barbaren. und ich schaue, dass ich ein Video je pro Tag hochladen kann, mindestens. Also es wird wahrscheinlich auch mal zwei oder drei kommen, aber dass ich da so dran bleiben kann. Und ja, dann könnt ihr jeden Tag eigentlich auf euer Lieblingsvideo warten. Und das kommt dann entfällt sogar schon am Morgen. Also wenn ihr am Morgen oder am Mittag oder am Abend dann einschaltet, dann ist es da, das neue Video. Und ja, ähm, ja, reden wir kurz noch über Fußball. Ich bin jetzt so weit, dass ich eigentlich schon richtig gut ins Training gehen kann. Aber leider, ich habe mich schon angemeldet, aber leider geht es ungefähr zwei Wochen, bis ich das erste Mal trainieren kann dort. Und ähm, ich bin jetzt auch im Fitnesscenter angemeldet, wo ich auch ein bisschen Kampfsport machen kann. Also beim Fitness, also ja, sportlich bin ich momentan gut bedient und es macht auch sehr viel Spass. Was ich bemerkt habe, ist, dass Diablo 3 überhaupt keinen Spass mehr macht, weil ich nicht immer auf Legendaries warten will oder so. Und ich eben nebenbei halt viel Sport mache und das nicht mehr brauche. Ähm, früher habe ich immer Diablo 3 oder Pufferfaxer gespielt, weil ich, ja, weiss mehr, wenn es mir langweilig war, ein bisschen hoch pushen konnte, meinen Blutdruck ein bisschen erhöhen konnte und so weiter. Und das ist jetzt momentan nicht mehr so vonnöten. Darum spiele ich auch zwei weniger actionreiche Spiele, die eher mehr Story und mehr, also Story haben sie überhaupt nicht. Ähm, einfach mehr Spielfluss haben, mehr Sachen zum Denken und so weiter. Ja, eventuell kommt dann im Mai noch ein neues Let's Play dazu, das wird wahrscheinlich Tropico 5. Und, ähm, was kommt da noch? Muss ich mal bei Steam schauen. Ah ja, den wollte ich noch machen, ähm, Starbound. Und genau, ab dafür muss ich zuerst, wie viel kostet das noch? Ähm, Starbound, muss mal kurz schauen. Noch 13,99. Da warte ich am besten auf einen reduzierten Preis und werde es dann kaufen und dann sofort Let's Play. Weil das ist richtig, also das ist richtig umfangreich. Und ja, also die zwei Let's Plays kündige ich somit noch an. Und werden dann eben ein Video, vielleicht auch ein Video pro zwei oder drei Tage hochladen. Und Champions of Regnum bleibt mein Hauptprojekt, da kommen am meisten Videos. Und ja, somit bedanke ich noch kurz an alle Zuschauer, an alle Fans von dieser Reihe, von diesem Let's Play. Vielen, vielen Dank für die vielen Aufrufe. Ich kann ja mal kurz zeigen. Ich weiss nicht, ob jetzt das Bethrebs auch aufgenommen wird, aber ich hoffe schon. Ähm, hier. 23 Aufrufe innerhalb von einem Tag, ja. Innerhalb von einem Tag, 23 Aufrufe. Richtig nice, Dankeschön dafür. Ja, da an den Videos man sieht, es kommt nicht so gut an, vor allem Terraria. Kommt leider nicht so gut ran. Kommt eigentlich gar nicht gut an. Hier ist schon ein bisschen besser mit 7. Und ja, hier unten kommt dann wieder ein bisschen mehr. Und auch bei den Analytics geht es rauf und runter. Ich hätte gerne ein paar Superfans. Ja, das ist ein Anzeige-Bug. Ich habe nicht null Videogabezeit und null Aufrufe heute. Das ist ein Bug hier auch. Nicht null positive Bewertungen. Ich habe eigentlich nie null, oder? Ja, ich habe minimal 3. Hier hatte ich mal null. Ach, was habt ihr im zweiten gemacht? Also bitte. Mehr liken wäre sicher. Toll. Die richtigen Fans, die liken jedes Video. Also kommt schon. Wo seid ihr richtige Fans? Mut geben. Hopp, hopp, hopp. Aufpushen. Ja. Ja. Ähm. Dazu nochmals was. Liest einfach ab und zu hier die Kommentare. Da tue ich dann die News posten. Später werde ich es dann auf Twitter machen. Ähm. Posten. Damit hier auch die Leute ungestört was schreiben dürfen können. Und ja. Leider mache ich momentan nicht mehr die Playlists. Also die werde ich mal wieder machen. Aber ich brauche dafür Zeit und Geduld. Das habe ich momentan nicht. Jo. Also. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja. Bis zu den nächsten News. Oder bis zum nächsten Video. Tschüss.